Die aktuelle Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gange und 24 der besten europäischen Nationen hoffen auf den Einzug in die K.O.-Runde und vielleicht sogar auf den Titelgewinn. Seit der Einführung 1960 wurde EM 17 Mal ausgespielt und in diesen 64 Jahren konnten 10 Nationen die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen. Insgesamt haben sich 40 verschiedene Nationen in der Geschichte die Teilnahme an einer Euro erkämpft. Doch neben den Siegern gibt es auch die klaren Verlierer. Teams, die sich einmal oder mehrmals für die Europameisterschaft begeistern konnten, aber jedoch immer, immer wieder erfolglos in der Gruppenphase ausschieden. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Top 5 der schlechtesten EM-Teilnehmer aller Zeiten. Bevor wir starten, gibt es einen kurzen Disclaimer. Für dieses Video verwenden wir die sogenannte ewige Tabelle, auch All-Time-Tabelle genannt. Dies ist eine Liste mit allen an Europameisterschaften teilnehmenden Teams sowie den Statistiken aller EM-Turniere, an denen sie sich qualifiziert haben. Die Teams werden nach Punkte gerankt und die schlechtesten 5 Nationalmannschaften werden hier berücksichtigt. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass ich die ewige Tabelle vom Kicker benutze. In dieser Tabelle werden die Punkte der CSSR, Sowjetunion oder Jugoslawien nicht den Nachfolgeverbänden zugeschrieben. Platz 36 Finnland Finnland, offiziell Republik Finnland, ist ein Land in Norden Europas mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 2,3 Grad Celsius gehört es zu den kältesten Ländern Europas, weshalb viele Finnen lieber Eishockey als Fußball spielen. Dies spiegelt sich auch in den Fußballerfolgen wider. Abgesehen von den Olympischen Sommerspielen 1912, bei denen sie das Halbfinale erreichten, hat sich die finnische Fußballnationalmannschaft wie vor ein großes Turnier qualifizieren können. Dies änderte sich jedoch im November 2019 während der Qualifikation zu Euro 2020. Nach einem 3-0-Sieg gegen Lichtenstein sicherte sich Finnland den zweiten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe und qualifizierte sich damit erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft. Nach der Verschiebung des Turniers auf 2021 aufgrund der Corona-Pandemie wurde die finnische Nationalmannschaft in die Gruppe B gemeinsam mit Dänemark, Belgien und Russland zugelost. Das erste EM-Spiel der Finnen fand am 12. Juli 2021 in Kopenhagen gegen die dänische Fußballnationalmannschaft statt. Dieses Spiel blieb aufgrund eines tragischen Vorfalls in Erinnerung, als gegen Ende der ersten Halbzeit der Däne Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitt. Das Spiel wurde für zwei Stunden unterbrochen, bevor es fortgesetzt wurde. Im weiteren Spielverlauf konnten die Finnen gegen die noch geschockten Dänen dominieren und in der 60. Spielminute erzählte Joel Pojampalo das 0-1 für die Neulinge. Später hielt Lukas Radetzke einen Foul-Elfmeter von Pierre-Emil Heuberg und Finnland beendete ihr erstes EM-Spiel mit einem Sieg. Im weiteren Turnierverlauf spielte Finnland gegen Russland und verlor mit 0-1. Am 21. Juli 2021 trat die finnische Nationalelf gegen den Gruppenfavoriten Belgien an. Lange Zeit hielten sie ein 0-0 unentschieden, bis Lukas Radetzke in der 74. Spielminute ein unglückliches Eigentor unterlief. Neun Minuten Vorspielende erzielte Romelu Lukaku das 0-2. Finnland wurde mit drei Punktengruppen dritter, erreichte jedoch nicht das Achtelfinale. Platz 37. Serbien Serbien, amtlich die Republik Serbien, ist ein Binnenstaatenzentrum der Balkanhalbinsel, in dem Stand 2022 über 6,6 Millionen Menschen leben. Obwohl das Land als Nachfolger Jugoslawiens anerkannt wird, zumindest im Fußball, wird die serbische Fußballnationalmannschaft in diesem Video unabhängig davon betrachtet. Erst bei diesem Turnier 2024 konnte sich Serbien durch den zweiten Platz in Gruppe G erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft begeistern. Serbien wurde in der Terrorgruppe C gelost und spielte sein erstes Gruppenspiel in Gelsenkirchen gegen England. Obwohl die serbische Mannschaft das Spiel mit 0-1 verloren, galten sie teilweise als das bessere Team der Partie. Den ersten Punkt holten die Weißen Adler bei der EM gegen Slowenien durch den Ausgleichstreffer von Jovi Tic in der allerletzten Spielminute. Im letzten Gruppenspiel trafen sie auf Dänemark, wo ein torloses 0-0 Unentschieden nicht vor ein Weiterkommen ins Achtelfinale reichte. Mit zwei Punkten und einem einzigen erzielten Treffer schieben die Serben als Gruppenletzter aus. In der ewigen Tabelle ist Serbien somit auf Platz 37 von 40 jemals bei der Europameisterschaft teilnehmen mit Teams. Würde man jedoch die Zahlen von Jugoslawien dazuzählen, wäre die serbische Fußball-Nationalmannschaft mit 13 Punkten auf Platz 24 vor Rumänien hinter der Ukraine. Platz 38, Gemeinschaft unabhängiger Staaten 1992 stand die Fußball-Europameisterschaft in Schweden an, für die sich ursprünglich die Sowjetunion qualifiziert hatte. Zum Zeitpunkt des Turniers existierte die Sowjetunion jedoch nicht mehr. Damit der Startplatz nicht verloren ging und um der Sowjetunion ein letztes Turnier zu ermöglichen, wurde vorübergehend eine Fußballauswahl der GUS gebildet. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist eine zwischenstaatliche Organisation, in der sich die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion im Dezember 1991 zusammengeschlossen haben. Mit kaum Vorbereitungen und weiterhin bestehenden politischen Spannungen reiste die GUS zur Europameisterschaft 1992 nach Schweden. Am 12. Juni stand im Nordkörping das erste Gruppenspiel gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland an, in dem sich die ehemalige UDSSR gut schlug. Zwischenzeitlich führte das Team mit 1 zu 0, bis Thomas Hessler in der 90. Spielminute den Ausgleich erzielte. Auch gegen die Niederländer hielt die GUS gut dagegen und erspielte sich ein torloses 0 zu 0 unentschieden. Im letzten Gruppenspiel, das den Weg ins EM-Halbfinale ebnen könnte, trat die Mannschaft gegen den vermeintlich leichteren Gegner Schottland an. Jedoch kam es anders und die GUS verlor mit 0 zu 3, was aufgrund des direkten Vergleichs den letzten Platz bedeutete. Die Fußballauswahlmannschaft von GUS wurde danach wieder eingestellt. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr Themen über die kleinen Nationen im Fußball mögt, dann empfehle ich euch nicht nur meinen Kanal zu abonnieren, sondern mir auch auf xxTwitter zu folgen. Dort poste ich interessante und wissenswerte Fakten und Trivia aus der ganzen Welt des Fußballs. Wusstet ihr beispielsweise, dass in der Startelf der Tschechoslowakei im Finale 1976 mehr Slowaken als Tschechien auf dem Platz standen? Oder dass es auf den britischen Jungferninseln einen Fußballverein gibt, bei dessen Gründung ein Rechtschreibfehler im Vereinsnamen unterlaufen ist? Für mehr solcher spannenden Inhalte folgt man auf xx und bleibt dran. Platz 39 Lettland Lettland, offiziell die Republik Lettland, ist ein Staat im Baltikum mit einer Bevölkerung von 1,8 Millionen Menschen. Die lettische Fußballnationalmannschaft zählt gemäß der FIFA-Weltrangliste zu den sieben schwächsten Nationen Europas. Auch in den letzten Qualifikationen zur Europameisterschaften belegten die Letten oft die unteren Gruppenplätze. Dies war jedoch nicht immer so. Während der Quali zu Euro 2004 in Portugal spielte Lettland in einer Gruppe mit Schweden, Polen, Samarin und Ungarn eine starke Qualifikation. Am 11. Oktober 2002 sicherte sich Lettland den zweiten Platz in ihrer Gruppe durch einen 3 zu 1 Sieg gegen Ungarn und ein 1 zu 0 gegen Schweden. Diese Platzierung reichte aus, um an den Playoffs zur Europameisterschaft teilzunehmen. Im November 2003 traf Lettland in den Playoffs auf die Türkei und konnte sich durch ein 1 zu 0 Sieg in Hinspiel und ein 2 zu 2 Unentschieden im Rückspiel erstmals für die Gruppenphase einer Europameisterschaft qualifizieren. Dies war ein bedeutender Erfolg, besonders zur Zeit, als nur 16 Nationen und nicht wie heute 24 Teams an der Euro teilnehmen durften. In der Gruppenphase der Euro 2004 wurde Lettland in die Gruppe D gelost und spielte ihr erstes Gruppenspiel gegen den Turnierfavoriten Tschechien. Maris Verpakovkis, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, erzählte kurz vor der Pause das Führungstor für Lettland, doch die Tschechen treten das Spiel und gewann mit 2 zu 1. Der größte Erfolg bei der Euro gelang den Letten, als sie ein torloses Unentschieden gegen den Vize-Weltmeister Deutschland erkämpften, was letztlich zum Ausscheiden der Deutschen aus dem Turnier beitrug. Das vermutlich letzte EM-Spiel bestritt die Mannschaft gegen die starken Niederländer, gegen die sie mit 0 zu 3 unterlagen. Lettland beendet die Europameisterschaft mit einem Punkt auf den letzten Platz ihrer Gruppe und schied aus dem Turnier aus. Bevor wir zu unserem letzten und gemäß der ewigen Tabelle schlechtesten EM-Teilnehmer aller Zeiten kommen, gibt es ein paar Nationen, die ebenfalls erwähnenswert sind. Knapp nicht in die Flop 5 gekommen sind Nordirland auf Platz 35, die es 2016 jedoch als Gruppendritter ins Achtelfinale geschafft haben und dort gegen Reels 0 zu 1 ausgeschieden sind. Auf Platz 34 folgt Bulgarien und auf Platz 33 Albanien, die sich beide Zweier für eine Europameisterschaft qualifizieren konnten und jeweils insgesamt 4 Punkte einfuhren. Bulgarien erzielte dabei nur 4 Tore und kassierte in 6 Spielen 13 Gegentore. Platz 32 belegt unser Achtelfinalist George mit 4 Punkten und Platz 31 geht an Norwegen, das in seiner gesamten EM-Geschichte nur ein Tor erzielte, aber auch nur eins kassierte. Jedoch gab es auch besonders schlechte Leistungen bei einzelnen Europameisterschaftsturnieren. Griechenland 2008, das als amtierender Europameister alle Gruppenspiele verlor, dabei nur ein Tor schoss und 5 Gegentore kassierte, so wie die Ukraine 2016, das alle Gruppenspiele verlor und kein einziges Tor erzielte. Platz 40 Nordmazedonien Die Republik Nordmazedonien ist ein Binnenstaat im Südosteuropa auf der Balkan-Halbinsel. Mit einer Bevölkerung von knapp 2 Millionen Menschen gehört Nordmazedonien zu den kleineren und weniger bedeutenden Ländern in Europa. Auch der Fußball Nordmazedonien spielte lange Zeit kaum eine relevante Rolle und bei Qualifikationen zur Welt- und Europameisterschaften zählten die Mazedonier oft zu den schwächsten Teams ihrer Gruppe. Dies sollte sich jedoch bald ändern, als Nordmazedonien mit 14 Punkten auf Platz 3 knapp die direkte Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 verpasste. Der Traum von einer EM-Teilnahme war jedoch nicht ausgeträumt. 2018 wurde UEFA Nations League eingeführt, die Nation, die es nicht über den normalen Quali-Weg geschafft haben, eine weitere Möglichkeit bietet, sich doch für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Die Roten Luchse gewannen Liga D ihre Gruppe und besiegten in den Nations League Playoffs zuerst in Kosovo mit 2 zu 1 und im Finale Georgien 1 zu 0. Damit qualifizierte sich Nordmazedonien erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft. Bei der Euro 2020 wurde Nordmazedonien in Gruppe C zugelost und spielte ihr erstes EM-Spiel der Geschichte gegen die Nationalmannschaft von Österreich. Die mazedonische Legende Goran Pandev erzielte zwar in der 28. Spielminute das erste EM-Tor in der Geschichte des Landes, aber nach 90 Minuten hieß es 3 zu 1 für Österreich. Auch gegen die Ukraine erzielten sie per V-Laufmeter ein Tor, den auch gegen das Spiel mit 2 zu 1 verloren. Nach der 0 zu 3 Niederlage gegen Niederlande war dann endgültig Schluss. Auf Platz 4, den letzten Rang der Gruppe, schied Nordmazedonien aus. Die Bilanz lautete 2 Tore, 8 Gegentoren, 0 Punkte. Damit ist die nordmazedonische Fußball-Nationalmannschaft gemäß der ewigen Tabelle die schlechteste Mannschaft bei einer Europameisterschaft. Doch das dürfte den Menschen im Land kaum etwas ausmachen. Denn alleine die Teilnahme an diesem historischen Turnier war bereits ein großer Erfolg. Welcher dieser 5 Nationen würdet ihr gerne mal wieder bei einer Fußball-Europameisterschaft sehen? Schreibt dies gerne in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und meinen Kanal für solchen Content abonniert. Vergesst nicht bei Twitter und auf Instagram vorbeizuschauen. Die Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr wissen wollt, wer die 10 schlechtesten WM-Teilnehmer aller Zeiten waren, dann klickt auf das entsprechende Video in der Endcard. Das war's im Video, bis nächstes Mal und ciao. finns in die Kommentare. Das war's im Video, bis nächstes Mal fulfill Ihre 1890ä. Vielen Dank.